Hi Leute, ich bin Claire. Ich wollte mich nochmal in einem Video vorstellen. Also jetzt möchte ich die neue Abby begrüßen von Vicky Müller. Freut mich, dich bald kennenzulernen. Ich weiß nicht, wieso ich mit Dialekt spreche gerade. Meine allerbesten Monster-Freunde sind Fancy, Operetta, Mella mit Twyla und Briar verstehe ich mich auch gut und Lucy. Ich habe hier keine Feinde, wieso die Feinde haben. Abby und ich sind das krasse Gegenteil. Ich habe Abby jetzt ihren Dialekt weggemacht. Also sie war zu einer Dialekt-Therapie. Und jetzt trägt sie sich auf und trägt immer nur noch ein Jungs-Shirt. Ja, Abby ist durchgeknallt. Ich trage dieses Kleid gerade. Ups, zu tiefer Einblick in mein Leben. Ich trage dieses Kleid gerade. Ich und Abby sehen uns wirklich gar nicht ähnlich. Ich zeige sie dann mal kurz. Abby, komm mal her. Ja, was ist denn? Du nervst mich schon genug. Ja, das ist Abby und ich bin Claire. Man sieht den Unterschied. Es gibt einen großen Unterschied an den Haaren. Meine Haare sind einiges cooler. Und das Make-up ist genau umgekehrt. Sie hat hier unten so blau. Halt die Kamera nicht so dicht an mich. Und oben rosa. Und ich habe unten rosa und oben blau. Und wir haben unterschiedlich pinke Lippen. Mein Pink ist viel intensiver. In dieser Kamera sieht sie sehr, sehr intensiv aus. Abby's Pony ist jetzt endlich so fluffig. Wir haben es dann mal hingekriegt. Sie trägt wieder den alten Ohrring. Und diesen Ohrring habe ich ihr empfohlen. Und sie trägt diese Hose und dieses Jungs-Shirt. Das Erste, was Juice zu mir gesagt hat, war, Du hast hier genauso große Franken wie Abby. Und ich denke so, Leck mich mal. Es war so ätzend, 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 ätzend. Label die Leute doch nicht mit so einem Mist voll. Ich glaube nicht, dass die irgendwie deine Probleme oder so hören wollen. Doch, dazu bin ich da. Okay? Damit die Leute alles über mich hören. Oh Gott, du bist ja wie fancy. Sie ist ja auch meine Freundin, du Horst. Alter! Ja, so sind wir in der Familie. So sind wir netzueinander. Ich kann meine Schuhe nicht ausziehen. Also, ich trage keine Hosen. Ich hasse eh Hosen. Könnt ihr mal die Musik abstellen? Entschuldigung. Das war der Kameramann. Ach ja, ich höre gleich die Kamera. Das war der Tonmann. So. Ähm, also. Du laberst nur Mist. Ja, Pech. Ja, das war meine kleine... Super, jetzt verspreche ich mich. Danke, Abby. Das war meine kleine Vorstellung. Liken, abonnieren, kommentieren. Damit ihr noch mehr Videos von uns sehen könnt. Und ja. Haltet mich nicht verrückt. Die neben mir ist verrückt. Nein. Doch. Ähm, und ja. Wir haben die gleiche Augenfarbe. Oh. Ja. So, das war's. Liken, abonnieren, kommentieren. Hab euch lieb. Bye. Eure Claire und Abby. Ciao.